Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge heute mit allen aus der Sebastian und es ist wieder Zeit für eine Vollgas Challenge. Wir haben die Karre, die wir hier haben und unser Ziel ist nicht die Strecke, die man bei mir sieht, sondern wir müssen hier so rum, so, 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 da, bis da und müssen dabei durchgehend Vollgas drücken. Wenn wir irgendwo runterfallen, müssen wir wieder hochfahren, wenn wir ins Wasser fallen, dürfen wir uns da den Wagen wieder spawnen. Ihr seid ja alle ausgestiegen. Ähm, einen Moment, ich hab ne ganz wichtige Sache noch. Guck mal, ich kann so, ich fiel so stark, ich fäll' die Autos. Guck mal hier, du bist genauso schnell wie ein Fehler. Also, warte. Dann kannst du ja kurz ein Fehler machen. Dann war noch eine wichtige Mitteilung. Hast du mir jetzt einfach auf den Sitz geschissen oder was? Naja, wir haben ja einen Mittelfänger gezeigt, der Witzer. Okay, also Vollgas. Aber ich will die Plips anmachen. Also, eigentlich ist das schon verteilt. Ich, äh, also, vierter wird Bram, dritter wird Peter, zweiter Jay und da ich nix hab, werd ich wahrscheinlich erster. Ja, das ist richtig. Du bist bei mir. Du bist bei mir die Eins, ja, stimmt. Okay, seid ihr ready? Ja. Ja. Dann beginnt die Vollgas-Challenge in 3, 2, 1, go! Immer schön... Nein, 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 ihr mies-Schweine-Fixer! Ich wusste, dass ihr das macht. Aber fahren wir jetzt von hier weiter? Ja, jetzt müssen wir irgendwie wieder da hochfahren oder sowas. Ja, ich kann mir nicht mehr raus, ich muss hier rückwärts fahren. Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Ja, weiter, immer weiter wiggeln. Wiggel, 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 wiggel. Hä, also, hier kommst du nicht mehr hoch. Es tut mir natürlich total leid, dass ich euch da runtergenommen hab, ey. Also, ich glaub, ich muss zum Start zurück. Oh mein Gott. Ja, ich fahr auch zum Start zurück. Aber selbst hier ist hochkommen eher so scherig. Müsstet gehen. Scheiße. Ja, 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 ja. Bram ist auch noch nicht allzu weit, ehrlich gesagt. Man darf nur noch mal rückwärts fahren. Wenn du eigentlich wieder kriegen kannst. Ja, Gott, okay, hier, wo mach ich was? Ich muss kommen, ich glaube, was... Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist viel zu schnell, ey. Okay, ich bin jetzt wieder am Start. Ja, ich bin auch gerade wieder losgefahren. Ich fahr gerade unten noch am Strand lang. Oh, wieder unten. Okay, wiggel, wiggel. Oh, zum Glück ist hier so ein kleines Mäuerchen. Oh, jetzt schieb mich hier gerade. Und jetzt wieder am Start. Also, sich drehen ist eine gute Sache. Oh nein, Fluss. Ja, aber das Problem ist, irgendwann wird dein Auto explodieren, oder? Ja, nur weil du dich drehst? Oh mein Gott. Du bleibst halt stehen, wenn du dich drehst. Das ist doch ganz schön. Okay, schade, Peter. Nein! War schön voll mit dir. Darf ich jetzt? Moment, muss ich jetzt nach der... Ding doch. Ich muss darüber. What the fuck? Was ist denn da? Wofür? Ich versuche einfach nur gerade zu fahren. Ja, aber man kann ja hier auch mal in so ein Auto reinschepern. Ja, das ist eigentlich ganz gut, um langsamer zu werden, meinst du? Okay, jetzt ist gerade. Jetzt gerade, das nehmen wir mit. Gerade ist richtig mies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein Da, wo wir reingesprungen sind, rein ins Wasser, wa? Ja, ja, genau. Okay, okay, wir ziehen einfach durch. Jetzt habe ich einen Ferrari. Weiß ich nicht, ob ich da ankomme. Der McLaren mir aber lieber, ey. Oh nein, 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 nicht nochmal Fluss. Das sieht gut aus. Einfach weiter. Na komm, wir nehmen jetzt einfach Vollgas hier. Was soll passieren? Ey, stopp ihr. Ja, dann ist eine gute Idee, schnell. Dann ist der Plan. Ja. Ja, blöderweise bin ich jetzt falsch rum gelandet, aber ich... Ach, geht klar. So, das ist in Ordnung. Oh, oh, oh. Ja, okay, tschüss. Oh, oh, oh. Das war schön. So, ich bin auf der Brügge. Nicht den Berg runter. Also doch, aber nicht den Berg runter. Oh Gott sei Dank, ich hänge an der Wand fest. Geht nicht. Halt mich mal kurz ein bisschen auf. Dankeschön. Ihr seid schon echt weit vorne, ey, holy shit. Ja, hier, also ich muss sagen, zum Beispiel oben auf dem Berg bist, geht es echt gut, weil du nicht mehr ständig im Fluss landest. Aber oben auf dem Berg dürfen wir ja gar nicht lang fahren, oder? Achso. Also oben auf dem Berg fahren, meine ich. Achso. Mit dem anderen Weg. Und wieder im Wasser. Moin! Weil... Ich bin sowieso nicht mehr auf der Höhe. Jetzt bin ich nämlich da auch angekommen. Oh. Oh. Danke für dich. Okay, das war cool. Da kann man mal ein Like wieder anlassen in dem Video, muss ich sagen. Dreh dich doch auf. Leute, wieso kommt da einer mit so einem roten Ding an? Irgendwer ist da sauer auf mich. What the fuck? Oh, Christian. Ich komme. Okay, doch nicht. Ich muss hier mal eben... Oh mein Gott war das geil. Oh mein Gott war das geil. Nice. Sterbe ich jetzt? Okay. Nein, doch nicht. Da ist eine Kehre. Da ist eine Kehre? Wie weit seid ihr denn schon? Sind wir schon am Ziel, oder nicht? Gleich. Also naja. Okay. Das ist doch ein Stück. Und meinem Auto geht es auch nicht mehr so gut, muss ich sagen. Ich muss ja schon einmal einen neuen spawnen. Das Gute ist, hier kommt einem Gegenverkehr entgegen. Das gar nicht so schlecht. Und an den Bänden gibt es manchmal diese Leitplanken. Aber die Leute mögen dich, wenn du den in die Autos reinheißt. Verstehe ich gar nicht. Dann steigen die aus und wollen nicht verprügeln. Oh mein Gott. Aber ich bin doch so gut versichert. Seid ihr noch am Fluss, Peter? Ja, so ungefähr. Ich fahre jetzt über die Brücke. Oh, da bist du aber weit zurück. Ja, ja. Komm schon. Wie in meiner Entwicklung. Ja. Was sagst du jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Auf der Straße kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen, oder? Kann ich hier bitte raus? Wie soll ich denn die Kurve nehmen? Bitte. Nee! Vollgas! Warte mal, wenn ich die Brücke nicht geschafft habe. Ja. Dann muss ich nochmal da hoch, ne? Nein, 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 nein. Ja. Oh, das war super. Gas, 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 Gas. Oh mein Gott. Scheiß, ich werde Christian nicht kriegen. Dreh dich doch nicht, du Arschloch. Jawohl, der Zaun hat's gemacht. Ey! Aber du musst aber zweieinhalb Dritter werden, ne? Bei mir standen die zwei am Namen. Jetzt hier rechts. Das gilt es sonst nicht. Äh. Oh mein Gott, ich lande noch im See. Ich kann nicht mehr weiterfahren. Ich muss rückwärts. Alter, diese Karne hat sich alles in den Spot zu fallen. Ich hab dich um 360. Um Donut hab ich dich. Äh, so ist es okay. Nein! Und? Nein! Stachelhaus! Ich bin da. Ich bin da. Das war ja ganz einfach. Alter, da wird ein Chaos. Boah, das war eine Autolänge, ey. Krass. 30 cm. Ja, wenn überhaupt. Scheiße, ey. Der Busch war scheiße für dich. Und dann war diese Scheiß- Ja, boah. Das heißt Stromast, ey. Ich bin über die Brücke. Ich bin an der Brücke vorbeigeschallert. Bin aber mal zurückgefahren, weil ich halt nicht über die Brücke gefahren bin. Ja. Ich hab den Zaun vorher genommen. Da bin ich so langsam geworden. Ja. Hohohohoho. Ja, ich bin super weit weg. Holy Shit, ey. Da war dir richtig gut, ey. Ich war voll am Arsch. Puh. Ja. Ähm. Also, die Runde ging an Christian, richtig? Richtig. Not bad, ey. Okay, wir sehen uns sofort wieder zum zweiten Rennen. Puh. Rennen 2 beginnt sofort. Das ist die Strecke, die wir fahren. Hier oben müssen wir hin. Und dabei muss durchgehend Vollgas gegeben werden. Seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1, go! Ah, nein! Ich bin am Bock. Oh nein! Oh mein Gott, die Fähle hier sind fest. Das war gelassen, Christian. Das war richtig fest. Das Fähle sind fest. Wie kommt der denn hier rum? Wie die Dullis hier hinten noch so... Oh, ich häng fest. Jo. Oder? Oder? Oh Freunde, ich hoffe ihr... Okay. Ja, Brach. War nicht. Boah. Ah! Ah! Okay, wo kann ich da vorne gegenfahren, dass das okay ist? Ja, Peter, ich weiß schon, wo ich gegenfallen kann. Das wird mich auf jeden Fall aufhalten. Das Schild ist es. Ja! So. Okay, ich komm nach. Ich muss rückwärts fahren, weil ich steh genau davor. Ja, ja. Musst ihr auch schon. Ich bin irgendwie abgeprallt. Oh! Ich fick ihn sehen! Ne, doch nicht! Ah! What the fuck! Aua. Ey, hier kannst du den Gegenverkehr eigentlich immer ganz gut benutzen. Ja, aber gut. Aber der Wagen macht halt auf Dauer nicht mit, was ich dem antue. Hä? Kein Gegenverkehr. Ich hab den eben auch schon bis hin. Der ist ins Ziel gekommen. No. Fuiu! 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 Mehr Windschatten! Fuiu! Da gab es bei Need for Speed oder so immer Bonus-Bone. Ne, bei Forza Horizon, wenn du möglichst nah am Gegner an den NPCs vorbeifährst. Ja, mach doch mal jetzt super nah am NPC, Peter. Mach die ganze Zeit super nah. Mach doch näher! Du hast ja hier Polizei-Zeug bekommen. Mach doch näher! Das war überhaupt nicht nah. Das war voll weit weg. Neher geht gar nicht. Das war voll weit weg. Neher geht natürlich noch. Du kannst dich auch küssen, Peter. Komm, hopp, mach mal. Ne, das hätte ich auch tun können. Warum ist Peters Wagen schneller als meiner? Fahrt ihr denn die gleiche Linie? Heftiger die Taste. Fahr innen! Ja, genau. Wenn du gleich schnell bist, müsstest du eigentlich innen fahren. Weil dann ist ja weniger Strecke relevant. Ich wunde! Ja, das machen wir ganz easy. Machen wir das ja nämlich gut, Kripp. Ja, noch haben wir ja auch die Straße nur. Ja, richtig krass, Kripp. Wird gleich assi. Jetzt hab ich Angst. Ah, ja. Das Ende ist der Killer. Boah! Das war knapp. Boah, Alter. Leck mir am Arsch. Kein Problem bisher. Also, ihr musst deinen Reifen auch vertrauen, ne? Bei so einer Geschwindigkeit. Ja, wirklich. Komplett, Alter. Oh, Peter. Jetzt geht's los. Äh, gleich wird's wild. Jetzt kommt der Berganstieg. Ja, noch nicht. Mist. Ich bin in ein Auto reingefahren. Oh Mist. Mal ein bisschen Speed rausgenommen. Wie kannst du denn Speed raus... Achso. Mal noch mal ein bisschen Speed raus. Habe ich gerade auch gemacht. Ich hiete komplett gerade aus. Oh mein Gott. Ich hab's auf der Map gesehen. Ich hiete komplett gerade aus. Komplett, Alter. Oh, die anderen könnten mich jetzt als Bande nutzen. Äh. Oh, die sind Weinberge. Oh, okay. Ah, geschafft. Bin gerade schon irgendwo reingehauen. Oh, Bram, das war frech. Ich wollte eigentlich dich nur ein bisschen andippsen für ein bisschen Speed rausnehmen. Boah, ich glaube der Toll-Peter hat sich relativ eh. Wie sieht der jetzt wieder zum Anfang der Brücke? Alles sieht gut aus. Nee. Da musst du... Ich bin halt an der Brücke vorbeigeflogen jetzt. Wieder hoch einfach. Verkack doch mal, Partner. Hallo Wein. Oh Gott. Ah. Ich hab mal kurz die Trauben gelesen. Wenn du Fahrradfahrer umfährst, dann bremsen die nicht. Nee, Motorradfahrer meistens auch nicht. Nee. Okay, da hast du nicht mich rausholen. Nicht mich rausholen. Nicht mich rausholen. Okay, ich fahr dich lieber platt. Bram, wo bist du da in geflogen? Ich bin da für die Bande durch. Das hab ich gesehen. Oh, Mann. Ah, ich bin gleich wieder oben. Oh, lol. Alter, ich bin da... Ich dachte mir so, cool, die kannst du zum Bremsen benutzen. Das Problem ist, wenn die nur ein Meter tief ist. Oh mein Gott. Nein, ich hab dasselbe Problem. Oh mein Gott. Also einfach mal den Berg hochfahren hilft doch schon sehr. Ah. Okay, ich bin beim Gebäude angekommen. Okay. Oh, shit. Alter, der Leckwür war ich. Ah, okay. Ich bin unter der Brücke. Bitte, bitte. Da war ja grad eine Brücke. Ich bin da drunter hergefahren. Das ist auch okay, ne? Hallo. Oh mein Gott, Alter. Ist das schlimm hier. Komik. Nein. Ja, perfekt. Oh Gott. Tschüss. Ich fahr den Berg wieder runter. Einfach in der Leibwanke lang. Einfach in der Leibwanke. Die ganze Zeit. Das hat grade bei mir nicht funktioniert. Das hat bei mir leider gar nicht funktioniert. Oh, 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 oh da ist die nummer zwei der erste war es jetzt letzter und der vierter war es jetzt erster und anders okay wir sehen uns sofort wieder für rennen drei rennen drei ist diesmal diese strecke wir müssen ankommen hier bei diesen komischen bei dieser bühne da seid ihr alle ready ja jetzt los in drei zwei eins go ok 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 o gott das war gut die bremse war gut immer bremsen ja schön Du Ficker, das war so klar. Das war so klar, dass ich da das Opfer bin. Okay, den Motorradfahrer weichern ja aus. Das hat ja mein Auto gerade so verzögert mit Gas gegeben. Okay, das war ein Vorbeidüsen, ne? Das hat ja noch gar nichts gebracht. Ich bin so straight in die Fresse gefahren, dass ich es zurücksetzen musste, damit ich ihn auch wieder fragen kann. Ja, Mann, jetzt mach mal da jetzt. Der gibt doch auch nicht direkt Gas. Oh, oh, das wird übel. Oh, 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 oh. Ah, kleinen Crash gebackt. Ja, gar kein Problem. Habe ich dich da eingeholt. Ja, das ist gelassen. Davon ist er ja beide schon wieder. Das ist ein Witz. Das ist Karma, Bitch. Das ist ein Witz. Das Spiel will halt auch nicht lustige Folgen produzieren. Doch, ich fand das... Motherfucker. Nein, das ist lächerlich. Das ist so hilfreich. Ja, das ist gar kein Problem. Der Berg hat mich gerettet. Das ist so krank. Oh Gott, jetzt fährt schon noch Enke. Oh, I did it. Oh yes, oh yes, oh yes. Ich bin über die Leitplanke gefahren. Das gibt es doch nicht. Wieso fährt man über die Leitplanke einfach so drüber? Nein, 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 nein. Oh, oh yes. Aber das war nicht so schlimm für dich. Na ja, das hat mir, glaube ich, sogar eher geholfen, so ein bisschen. Ja, bei mir auch. Oh. Da klicken zu früh gebremst. Oh, mein Gott. Ja, genau. Und ich bin weiter. Und ich bin jetzt eine Schildkröte oder was? Oh, mein Gott. Hier ist es ja nicht. Nein, nein, nein. Oh, Fommik. Ja, moin. Ich muss ein bisschen den Berg hochfahren, ne? Wir müssen dann die Kurve ganz weit. Ja, komm mal. Ach, Auto. Komm mal. Geturnt. Oh Gott, sorry. Ich stehe nicht da gerade. Noch nicht. Da ist er. Da ist der Winx. Du. Ich muss zurückfahren. Ja. Oh, nein. Oh, nein. Man muss ja da rüber. Hoch. Ich dachte, wir müssen da links. Nein. Aber auch. Ich sterbe gleich, ey. Motherfucker. Ich fass so rein in dich, ey. Ich mach dich so weg, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin komplett aufgebockt. Wie kann das passieren? Also irgendwie schaue ich da immer genau gerade vor der Wand stehen zu bleiben. Was? Brande einfach in der Wand, ey. Willst du mich verarschen? Was hab ich denn gemacht? Der lacht sich da durch, ey. Wie konnte das hier passieren, willst du? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Damit bin ich letzter. Oh, das schmeckt ja. Das schmeckt dir? Das schmeckt, dass du Peter letzter ist. Ja, aber das schmeckt dir. Das schmeckt mir auch sehr gut. Ach, dir? Ja, das schmeckt. Oh Gott. Okay, das war insane gut von mir. Jetzt hier rein. Kein Problem. Jawohl. Sehr schön. Das ist richtig huge. Huge, wie ich aufgeholt habe. Da vorne sehe ich ihn wieder. Den orangenen Lutscher. Nein. Oh. Das ist gut. Bram ist da einen Fehler gemacht. Ist zu weit geflogen. Ja. Ich nehme die Tankstelle mit. Alles gut. Mein Baku schlägt auch nicht mehr so gerne. Hier gibt es auf jeden Fall immer wichtig. Eine Leitplanke. Oh yes. Oh yes. Oh yes, baby. Jetzt links, 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 links. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir eigentlich hin hier? Ja, weiß ich nicht. Ich bin irgendwie, glaube ich, angekommen. Ja. Wir haben es halt nicht festgelegt. Auch angekommen. Ja, angekommen ist doch gut. Oh yeah. Scheiße. An der Tankstelle hätte ich nochmal eine Chance gehabt. Aber dann... Kann sein. Aber geil, wie ich da durch das Wohngebiet geflogen bin. Wenn du Peder geholt hast. Ja, ohne Scheiß. Du bist einfach... Du bist einfach... Ich war so lucky. Ich habe nichts berührt. Ich bin einfach gelandet. Verpiss dich. Oh mein Gott, ich habe Christian in der letzten Sekunde geholt. Musst du hier ein paar Mal rückwärts setzen. Ich bin auch angekommen. Da ist er da. Oh Mann, war das bitter, wie Jay mich da einfach auf dieses Ding hochgebracht hat. Leck mich am Arsch. Das war schön. Ja, ein Rennen können wir aber noch und da sehen wir uns sofort wieder. Das große Finale, das vierte Rennen, begibt sich wie folgt. Wir starten hier und fahren wieder zurück von dort, wo wir gerade gestartet sind. Nämlich hier oben hin und müssen dafür durch die Weinvothills und den Berg hoch. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Dann geht es los in 3, 2, 1, go! Es ist nicht gut, dass ich vorne bin. Pff, mein Kassler, ich hasse dich. Oh mein Gott, das kann ich nicht. Ich muss mich mal kurz blocken. Oh ja! Das war okay. Das war gut für beide. Ja, stimmt. Das war actually okay. Der Start. Kann ich mit leben. Ram, wie sieht es bei dir aus? Jetzt bin ich gleich die Boding-Pins. So hin und wieder nehme ich auch mal so ein Auto. Oh Gott! Der wollte links abbiegen. Das hat mir. Alter, war das insane gut von mir. Das war nice. Ich muss ja stoppen. Weit zu schnell. Okay, ich habe die Lücke nicht gut getroffen, aber danke, Christian. Was habe ich denn da? Du hast mich gerade beim 180 nochmal gedreht. Das war gut. Das war stark, ey. Die Kurve, die da genau... Warum kommt da ein Auto raus? Jo. Das stand einfach... Warum kam da ein Auto raus? Oh Mann. Ja, ich dreh nicht mit. Das ist gut. Nee, okay, dann nicht. Oh mein Gott. Ich kann leider nicht bremsen, Ram. Warum, ey? Ey, wie schaffe ich das immer genau vor einem Baum so liegen zu bleiben? Was ist das denn? Ich kann mich mal rückwärts raus. Ich muss F2 machen, Alter. Oh mein Gott. Mein Gott, ich bin zu schnell. Ach, hier kann man gar nicht zu schnell sein. Oh Mann, Alter. Ich hoffe, ich bin jetzt hier noch auf dem richtigen Weg. Du Huren-NPC. Komm schon. Hallo? Geht doch. Oh, das ist belastend, ey. Jetzt bin ich so weit hinten. Ja, ich musste auch mal ein F2 machen, da wo du mich draufgeschickt hast. Achso, musste ich. Ah, ja, okay. War es da am Ende auch letzt. Ja, ja, genau. Das war sehr belastend. Oh mein Gott. Oh, da ist jemand sauer auf mich. Ich schieße bitte. Schimaka! Irgendjemand ist super da hinter mir. Das war richtig gut, wie ich diese Kurve gekriegt habe, Peter. Läuft gerade. Okay, das ist nur ein Zaun. Zaun ist nicht so geil. Zaun ist nicht so geil. Oh, shit! Das war okay. Das ist aber gegenseitig da irgendwie helfen, ey. Wir müssen dann nach vorne kommen. Das ist scheiße, das klappt nicht. Damit ist Bram Erster gerade. So, jetzt links bremsen irgendwie. Da kann ich den. Ja, okay. Sehr gut. Jawohl. Hätte schlimmer sein können. Nein, stimmt. Hier durch. Jawohl, schön durch. Scheiße, ja, ey. Mann, wo fährt der lang? Okay. Okay, ich brauche dich. Und du nimmst mich dafür bestimmt, dass ich ausweichen. Du bist links abgeworfen. Aber wie du voll nah bei mir bist. Ja, aber ich wollte dich als Bande nehmen. Ja, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich ausweich Manöver eingeleitet. Manöver. Manöver? Manöver. Alter, ich fahre hier durch Hugh Hefners Garten, ey. Peter. Ja, ich habe Angst. Warte doch mal kurz auf mich. Oh Mann, ey. Hau den mal raus. Nein, er kann den nicht. Ich habe mich gedreht. Ich war Peter. Oh, shit. Peter hat sich auch gedreht. Ich bin auf dem Berg. Nein, das ist nicht gut. Du musst dich hier lang. Okay, Peter, du bist weit oben. Ich fahre einfach weiter, ja? Das ist belastend. So. Komm jetzt. Schlimacher, gönnen. Nein, du betrügerische Bande. Oh, das ist gut. Meinst du damit jetzt? Piet's Meat oder wen? Ich habe es hier. Oh Gott, Peter. Ich muss einfach durchziehen. Ich muss einfach durchziehen. Sonst wird da nichts. Nein. Du Sau. Das kann nicht wahr sein, als wenn das bei dir jetzt so gelaufen ist. Du Ficker. Boah, das war insane, Alter. Das war insane. Woo. Als wenn du da mit 200 Sachen durchge-eatet bist. Ja, das war unglaublich, Alter. Und das bei dir nichts gemacht hat. Nix. Na, ich könnte es aber im Eingang stehen. David, David, glaube ich, easy dritter. Was? Wie kann das sein? Weil ich gerade den Berg runtergefahren bin. Oh, scheiße. Ich auch. Ja. Dann ist okay. Peter Smith, ey. Was war das für ein Scheiß? Komm ich wieder hoch? Ich komme hier nicht mehr hoch. Okay, komm schon. Der rechts kommst du hoch, wenn. Ja, ich glaube. Bleib links. Bist du denn hier unten? Das ist Christian, nicht Jay? Das ist Christian. Jo, der meint sich auch. Ey, wo muss ich denn hin? Hä? Oh Gott, ich bin auch nicht weg unten. Du hast da eigentlich eine Route. Jetzt habt ihr jetzt so verwirrt, dass ihr da vorne rumgeflogen seid. Und dann habt ihr mich einfach abgelenkt, ey. Du hast deine Route folgen, Alter. Ich komme hier nicht hoch. Aber ich dachte auch, wo muss ich denn hin? Und er dampft einfach ins Nichts. Also Christian ist sehr weit zurückgefahren, um da dann hochzufahren. Ach so. Ja, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, Jay hat das auch. War doch gut, ey. In dem Traktor sitzt keiner drin. Ja, der mit dem Traktor, den haben wir auch schon Hallo gesagt. Ja, ja. Peter benutzt. Ja, Jay ist Ritter. Oh Mann, ey. Ja, du hast eh die meisten gewonnen, glaube ich. Oh, aua. Ah, da ist Christian. Das war fucking wild. Ich weiß es gar nicht. Er war lustig. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt hier gut. Du hast die meisten Siege, glaube ich. Ich habe zwei Siege. Ja, ich habe einen. Weder, sonst hat einen. Ja, okay. Das war sehr wild. Eine witzige GTA Online Challenge. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Mach rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.